Musik Also, heute möchte ich euch das Mitte des Monats Februar unserer Erika Kastner vom Lauftreif Oberasbach vorstellen. Sie ist seit Mai letztes Jahr zum Laufen bei uns gekommen mit dem Lauf10-Programm seitdem regelmäßig beim Training ein Sprachlauf für Oberasbach und Stein und Never Walk Alone Mitglied des Monats Februar Erika Kastner. Never Walk Alone finde ich gut. Vielen Dank, Erika. Und weiterhin so viel Spaß beim Laufen, wie du es die ganze Zeit hast. Jawohl. Danke. Und weiter geht's. Hoi! Und wie war's? Super! Aber geschafft! Wunderbar! Ich habe mich vor, dass er einfach ausgab. Hoi! 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 Untertitelung des ZDF, 2020